kranken selber noch ja, Tram, dich brauche ich mal heute Nacht du musst ein paar Leute umlegen ein paar Leute Die ist halt nicht wirklich benutzbar. Einfach rüber die Eier. Nichts Gutes. Ich werde jetzt echt überlegen langsam. Ich muss jetzt mal ganz gesund werden. Ich habe noch ein Schwert. Ich glaube, in der Nacht lege ich damit wieder Waffen um. Waffen sind wir so weit voll. Wir brauchen mehr Pfeile. Da fehlt noch ein Pfeil. Mehr geht auch aktuell tatsächlich gerade nicht. Das einzige, mit dem ich dann später noch auftrumpfen könnte. Wäre selber zu schießen. Oh ja, das passt ja schon mal. Dann noch ein Pfeil und morgen ist schon der Angriff. Wie toll. Aber wir sind stärker. Eine Rüstung und ein Pfeil. Ne, zwei Rüstung brauche ich tatsächlich. Mehr Bretter. Ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal Angriffskraft vor Verteidigung. Verteidigung. Dann. Gerard Tötet in der Nacht wieder ein paar Leute für uns Und Dann hole ich mir eine Besondere Errungenschaft noch Es gibt also Eine versteckte Errungenschaft ist nämlich Nicht wenn ihr fünf Leute in einer Nacht tötet Ich glaube das wäre auch echt schwer Sondern wenn ihr es schafft Während einer Jagd Jemanden zu töten Noch ein bisschen arbeiten. Du gehst raus. Du schließt im Bett. Du schließt im Bett. Du schließt im Bett. Ein Schwert. Und eine Schaufe. Du schließt im Bett. Du schließt in die Hände. Du schließt im Bett. Du schließt im Bett. Du schließt im Bett. Keine Wache? Du schließt im Bett. Gut, Bretter. Kräuter. Dreckwasser von mir aus auch das. Was heißt das? Eingang zum Wachposten suchen? Was denn für ein Wachposten? All das gammeliges Wasser habe ich genug. Irgendwie habe ich... Ich habe das Gefühl, ich kriege zu wenig Material. Ich habe so viel Holz. Ich weiß nicht warum, aber Material ist so eine Sache. Du hast nicht zu welchem Material, oder? Er hat auch Töpfe. Ich könnte vielleicht irgendwann mal bei ihm kaufen, ja. So viel Holz hier. Ich bin aber wirklich voll. Oh, super. So. Du willst jetzt aber nicht erzählen. Ach, Willa. Ach, ich bin auf dem Marktplatz gelandet. Ah, okay. Oh, fehlt mir in der Fackel. Irgendwie fehlen ja auch die Gegner. Die sind gar keine mehr. Verschwinden die, wenn man die einmal umgelegt hat? Das wäre echt blöde. Und zwar lege ich einfach mal das Schwert hier ab. Ich versuche es lieber morgen nochmal. Naja. Trotzdem komisch. Keinerlei Gegner mehr. Ja. Kann man wirklich alle Wachen töten? Ja. 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 ähnlich. Ich jut ja nichts der Flight paradise. Éh. Was kannst du machen in der Zeit? Bist du bereits fit? Mach mal hier weiter. Dann trinkst du noch ein bisschen Wasser, sammle erst mal und trinke dann. Kann das Ding abfackeln, während da Wasser drin ist? Ich werde die Töpfe jetzt auch nicht verbrauchen, weil es aktuell auch keinen Sinn macht. Oh. 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 Das war's für heute. So, bin ich wieder. Ich hoffe, ich hab's rausgeschnitten. Ähm, genau, die Schlacht läuft. Der Tribok, den halte ich halt so lange zurück wie möglich. Weil das kostet halt Ressourcen. Klar, es hilft in der Schlacht, aber es kostet Ressourcen, das Ding zu verwenden. Ah, nein. Der war drei Verletzte. Vielleicht ein neuer. Ok, komm, der Schwert könnt ihr auch wieder haben. Nur plus 1, wie blöd ist das denn? weiter geht's super die sind schon versorgt, die Pfeile muss ich natürlich neu machen, das sieht glaube ich gar nicht so schlecht aus ich habe das gefühl, dass die angriffe in immer schnelleren intervallen kommen klarer Sieg eine ist noch so weit verloren Trainer kann gleich die Nacht pennen ruhen reicht für dich vollkommen aus genau, du gehst raus wir können beide spielen ich würde gerne wissen, mit was ich zu tun habe ich renne mal ins Bauernviertel und gucke ob ich da jemanden umlegen kann jetzt die 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 Und die habe ich aktuell wieder nicht. Hat der Brunnen denn kein Frischwasser? Oh, eine Wertsache. Die nehme ich mal besser mit. Alles für mich. Die habe ich noch gar nicht geklaut. Das geht ja mal gar nicht. Ach ja, ich hätte gerne nochmal irgendwo Gegner. Oh je. Das ist irgendwie doof, dass ich keine Gegner mehr habe. Ich nehme das Werkzeug mit. Dann komme ich morgen mit einer Dings wieder. Ja, die sind alle tot. Voll blöde. Ich dachte, die kommen immer wieder. Was für Idioten haben sich das System ausgedacht. Oh, also jetzt nicht hier ingame, sondern ähm... Ja, da wurde eine Wache umgelegt. Naja, was soll's. Und wenn ich vor Freude... Sagen wir mal, wenn das Angriff... Der ist mir... Haben die, sagen wir mal, die Küste erreichen sind. Ist mir in die Flanke gefallen. Ah, okay, das können wir. So, du hast auch Durst. Du hast Durst. Ich dachte mir schon, dass ihr jetzt alle am Verdursten seid. Was ist mit dir? Sammeln mal ein bisschen Wasser. Gut, das Rattenfleisch. Und dann kochst du mal was Leckeres für alle. Hm. Weißt du, nichts Angriff? In zwei Tagen, ja, bis dahin... Bin ich wieder fit. Mir fehlt eine Rüstung und mir fehlen noch haufeweise Pfeile. Okay. 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 Ich muss ein bisschen mehr zu essen machen. Aufhören. Oh, die Ratte! Ich schaue es. ich schau jetzt mal was in den komposter hier ich schau jetzt mal was in den komposter hier